So, und hier haben wir den Peter Könnel, der Melissa, ihr Papa. Jawohl. Die Frau hat gerade gesagt, vor 20 Jahren war er im Krankenhaus. Das ist richtig, um die Uhrzeit waren wir schon unterwegs. Nichts mit Fastnacht. Nichts mit Fastnacht. Aufregende Minute, ganz klar, vor 20 Jahren. Schon längere Minute. Ja, längere Minute. Aber glückliche Minute, wo das Kind rausgekommen ist. Super glückliche Minute, ja. Die Melissa haben eine geile Stimme, wirklich geil. Ich höre sie immer wieder gern. Wie ist ein Vater stolz auf so eine Tochter? Ja, so wie man sich das natürlich wünscht. Du bist auch musikalisch unterwegs, oder? Weniger, weniger. Nur aus Juxentolerei. Instrument irgendwas? Bisschen Gitarren spielen, aber schon lange nicht mehr. Also hat sie von dir so die Musik gewissen? Mehr von der Mutter. Mehr von der Mutter? Mehr von der Mutter, ja. Ist die die musikalische? Ja. Ehrlich? Ja, ja. Und dann hörst du das halt an. Ich habe ja keine andere Chance, ne? Peter, was wünschst du deiner Tochter auf ihrem 20. Geburtstag? Ja, das ist natürlich alles, was sie sich wünscht. Dass das in Erfüllung geht und dass sie gesund und lieb und nett bleibt. Ja, lieb und nett ist sie auch. Genau. So wie sie ist, ja. Und du darfst noch Leute grüßen. Grüß, wen du willst. Wen ich will. Jawohl. Also alle, die ich kenne, alle, die mich kennen. Ja, und das war's eigentlich. Und alle Kunden von Ambiente Cuisine. Ambiente Cuisine, genau. Okay, alles klar, danke dir. Danke.